Hallo ihr wisst Konradscha Ich habe einen weiteren Vorschlag von Team Hazards Ich habe hier ab 20. Welle was nicht langweilig wird bis 20 wenn ich überhaupt soweit käme also auf jeden Fall nur mit der MP5 ich hatte das schon gemacht auf der Map Stadt nun kommt Farm dran das ist auf meinen Mist gewachsen dass ich dies hier so mache also eben 20. Welle meine ich damit mal abwarten bis die Fertigspahnen der Scheiss ist wegen dem Ding da kann man nicht allzu gut durchwatscheln blödsinn nein ich warte jetzt bis alle gespahnt sind damit ich das Bier saufen kann und so richtig bis offen da durchwatscheln und warten bis sie kommen und dann runter springen und weiter geht's und die müssen sterben aha ok nicht schlecht oh oh nice was ist das oh das muss ich holen 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 kommt doch jemand kommt doch jemand kommt doch jemand der letzte wo jetzt machen wir was anderes ich warte hier auf den Spahn nicht immer das gleiche dort oben im Schiff wo es immer knattert hier knattert es nämlich nicht ein bisschen ein bisschen hier sein sie kommen von hier oben höre ich irgendwann kommen sie ok mal so durch das ist schon im Weg hier uh uh ui 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 uu uuuuu Ja, geht nicht mehr, he? Ja, so ist auch nicht schlecht. Ich muss leider die Ware kaufen. Ja, cool ist schon hier oben anzufangen, aber eben... Es ist immer das Gleiche, das gefällt mir nicht so. Muss immer wieder so durchlaufen, dann wieder so durchlaufen, wieder so, wieder so, wieder so. Gut, ein bisschen... Das Problem ist schon, die Langsamen hier, die kommen dann hier entlang. Okay, mal schauen, wie es so geht. Wie lange das gut geht. Mal schauen. Ja, schon eine heisse Ware hier. Uh. 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 Ah, jetzt habe ich mich gerettet, hey! Ah, schon ein heisser. Oh, wieder Bombe, sehr schön. Mir gefallen die Bomben. So, finito. Ja, okay. Starten wir wieder hier drin. Mal schauen, wie weit ich komme, wenn ich hier drin starte. Bis jetzt ist es nicht schlecht gegangen. Ha, 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 ha. Das machen sehr viele, wie es so lustig wäre. Ja, noch. Wer weiss. Okay. Geht nicht mehr. Oh, die Langsamnen hier sind nicht gut. Oh, 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 oh. Das ist so nett von euch. Wow. Die Saububen hier. Das braucht jetzt etwas mehr. konzentratione ok wieder hier rein mein neues Plätzeln die Nase den Mund komm 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 ah sieht gar nicht gut aus ja nun nicht so schlimm locker nehmen und wann kommen sie oh oh jetzt kommen sie ok mal hier ok geht gut geht gut gefällt mir jetzt sind sie schon ein bisschen weit da drüben ja ja schon so was gibt es Bombe ok wo ist die Bansi wie ich hier bin dort und da ok das war wohl nichts ich bin mal ein bisschen schauen was man da so alles erleben darf so ja das sehen wieder alle aus ich habe ja keine Schüsse mehr oh ich habe ja keine Schüsse mehr oh ist das mühsam muss das so sein ja das ist das Problem wegen dem langsamen hier oh ich komme ja rein warum sagt mir das niemand also aber ein ja das ist scheisse hier ja das ist scheisse hier ue stirbt oh was ist das Schönes ah Totenschädel das kann ich gut gebrauchen so mal schauen 30 bin ich schon zufrieden selbst zufrieden nein nein einfach ja 35 ist das Beste hier aber ich kann das nicht jedes Mal von mir erwarten uah uah das war arsch knapp das war arsch knapp juh oh was was ist das Schönes komm bitte was Schönes oh nein oh nein oh nein schade uff was ist das oh ok nehme ich mich ok nehme ich mich äh die sollte sterben äh die sollte sterben äh ist nichts passiert ja 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 ist schon gut locker nehmen das ist wunderprächtig oh und das ist noch viel wunderprächtiger oder ich kaufe was für nichts und da fängt es wieder von vorne an äh neuer spawn neues Glück äh jetzt muss ich mal schauen wie ich das so bringen kann hier oh oh ja das war hart ich mache lieber den kreis hier durch nein das scheiss Ding ist mir hier im Weg gewesen ja das scheiss das nervt mich jetzt das scheiss Ding das scheiss Ding das scheiss Ding nein effektiv da ah ah ja super das sind viel zu viele ah jetzt habe ich es nicht kaufen können sonst gehts oh nein kein oh mein Gott geht das lange jetzt jetzt hat es jetzt hat es mir ein bisschen abgestellt mit dem Quick Revive Scheisse bleibe ich hängen oder 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 Ich bin nicht da. Nein, das ist jetzt wirklich... Ich könnte kurz und... Nein, wirklich da. Eben genau das ist mir passiert. Oh yeah. Ah... Oh, gut. Entschuldigung. Oh, wie kann ich jetzt sehen? Scheiße. Boah. Boah, das war ein Saudusel, hey. Ich weiss auch nicht, warum ich so weit noch runtergegangen bin. Dort runter, das darf man nicht. Zu weit runter. Das kann man bei Transit machen, aber nicht hier. Okay, 25. 25. Was ist das? Was ist das? Okay. Ich gehe mal kaufen. So muss ich nicht später kaufen. Aber es ist nur noch einer. Oder? Oder? Nein. Sind ja mehrere. Okay. Okay. Das stimmt. Ohohohohoho. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Halalala! Ah, das sind alle. Ja, man muss nur zweimal rüber. Und dann ist alles fit, tippitoppi. Und man kommt ständig eins übergebraten. Wie das so viel Spass machen würde. Aber ist ja egal. Was soll's. Oh, schön. Das gefällt mir. Wer ist echt und wer nicht? Das merke ich erst, wenn ich eins auf die Rübe bekomme. Wie jetzt. Jetzt weiss ich, was echt und was nicht echt ist. Und ich bin schon wieder tot. Ah. Dort drauf gehen sie alle. Okay, was haben wir hier? Ah. Jetzt habe ich es nicht mal genommen. Ich bin nicht ganz dicht. Speed Cola, Cola Light. Was für ein Speed Cola. So. Ähm. Ja, endlich gehst du weg. So, jetzt denke ich, jetzt komme ich auf 35. Jetzt müssen wir hier nur schauen. Jetzt komme ich auf 35. So, jetzt kann ich auch hier durchrennen. Das macht Spass. So, okay. Okay. Maximale Munition. So. Uh. Das ist immer so gefährlich. Ich weiss auch nicht warum. Okay. Okay. Lala Bamba. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Hier ist ein schöner Platz. Bleibe ich nicht mehr so blöd hängen. Oh. Oh. Rein, 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 rein. Eine andere Span. Das gefällt mir noch so. 27. Wären noch 8 Runden, hm? Hm. Mal schauen, ob ich das schaffe. Bin gar nicht sicher. Das ist ja Logo, oder? Ah. Kann man sich kaum mehr bewegen, wenn sie einen treffen. So. Das reicht. Die Spielereien sind vorbei. Jetzt geht's ernst zur Sache, Leute. So. Die Spanien wieder alle. Muss ich wieder aufpassen. Ah. Warte mal. Ich muss sowieso holen. Das Zeug. Ja. Hilft nicht viel, hm? Komm, kauf das Ding. Und ich drücke. Und ich brauche ihn, hey. Ich sehe nichts. Was war das? Aha. Oh. Oh. Oh mein Gott, ey. So. Das letzte Scheisspfefferchen. Und ich habe noch gesagt, ich komme auf. Wie viel komme ich? Ich weiss auch nicht mehr. Ich weiss auch nicht mehr. Habe ich nicht kaufen können. Nein. Jesus. Gott. Das ist nicht zum Spielen so. Komm mit, Jungs und Mädels. Ich weiss auch nicht. Es läuft mir einfach. Shit. Läuft mir einfach nicht. Ich weiss auch nicht. Ah, jeder. Zu wenig gespielt. Was kommt da? Ja, ich gehe. Du, egal. Ich muss da etwas machen. Es ist langweilig. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Aber die kommt auch hier oben. Ah, hat mir das scheiss Leben gekostet, weil ich die Muni holen wollte. Ist das mühsam. Ja, nun. Das ist so. Was gibt's? Oh Mann, ist so schön. Ah, das ist das Beste im Spiel. Nein, das schon nicht. Aber trotzdem ist es gediegen so. Ups. 28. 21. 28. 29. 37. 32. 67. 30. Auch das Fahrzeug nehmen wir da hinten. 33. 43. 40. 38. 31. 42. So läuft es. Ok, gut. Und Kopf an Kopf rinnen. Gut, ich riskiere schon viel. Jetzt habe ich wieder alle aufs Mal erledigen müssen. Hier ist so schön Platz, das gefällt mir. Richtig den Rücken durchstreifen. Oh, keine mehr. Oh, das ist nicht gut. Hier so richtig den Rücken kratzen. So gefällt es mir. Jetzt gehe ich nicht mehr, weil sie neues bahnen. Jetzt gehe ich. Jetzt komme ich nicht mehr in die Klemme hier. Nächstes Mal besser schauen. Ok. Was ist gekommen? Oh nein, jetzt tot der Kopf. Ich muss mich konzentrieren, hey. Nicht zu viel wollen. Nicht zu viel wollen. Ah, fertig. 29. 29. Das schüttelt und rüttelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hey. Ah. Das ist unglaublich. Wie muss ich das jetzt brauchen? Kann ich es wieder kaufen? Ah, ich kann jetzt keine Muni holen. Ich will den Spahn hier ein bisschen auskosten. Der gefällt mir noch. Ich denke, es ist besser als auf der Scheune dort oben zu sein. Okay, hoffentlich bekomme ich noch einige Bomben und dass ich keinen Scheissfehler machen kann. Ah, den Rücken kratzen. Ja, jetzt ist er schon fertig. Ich muss nur zweimal und dann geht's los. Ah, er ist schon fertig. Shit. Ah, die Langsamen dort machen mir Sorgen. Die kommen so etwas von Scheiss langsam da durch. Der Scheiss, wenn er hier ist. Keine Chance. Sooo schlecht gesetzt. So etwas habe ich gehört. Du hast runtergefallen. Aha, ja. Ah, es ist schon wieder leer meine Kiste hier. Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Okay, also schön. Rücken kratzen. So, weiter. Oh, hinter mir. Nein. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wunderprächtig. Okay. Okay. Ja, die Spawnen ja nochmal. So, 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 so. Hoppassa, Rappassa. Das ist Kondalatsche. Sprache Hahaha Das war ein Blödsinn Ja ja Das ist Wahnsinn Was hier trocken Ich bin ein Blödsinn Trisic So, ich muss sowieso immer wiederholen. Da muss ich eben nächstes Mal aufpassen auf den Spahn, sonst geht es nicht. Augen, Nase, Mund, ja der ist schon besser, Augenbrauen, oh nice wie sie mich schlagen, das gefällt mir, das brauche ich, ich bin so ein Sadist, nein Blödsinn. Was ist jetzt da, oh, ja das ist ja perfekt, und das noch perfekter, dass Quick Revive weg ist, das gefällt mir. Schaut mir das an, der Platz hier, zum Versauen, könnte ich gerade ein Möbel dort hinstellen, ein Liegestuhl, das ist so schön, oder, wenn das jetzt nicht hier weg wäre, hätte ich Probleme mit dem langsamen hier. Was ist das, aha, fertig wieder, huuu, seht mal das an, wie schön, dass man da durchlaufen kann, wenn der Quickie weg ist, sowas von herrlich. Ich weiss nur MP5, aber ich muss auf den Spahn warten, weil dort oben will ich nicht nochmals so auf den Sack kriegen, das war nur weil ich zu früh gegangen bin und der Spahn nicht abgewartet hatte. Diesmal warte ich den Spahn ab. Niemand kommt, da ist zu, sehr schön, da gehe ich weiter. Mann, was die Arne hat. Es explodieren sie so schön, wie auf der Map steht. Oh, was ist das Schönes? Oh, keine Muni mehr. Oh, noch schöner. Oh, ich muss schauen, wer ist, wer ist noch neu? Letzter. 30 vorbei. Oh, das ist unglaublich. Gut, ich habe mich nicht allzu gut getroffen, das sage ich ja schon. Komm, 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 komm. Ja, geschafft. Dass sie hier drin spahnen. Was habe ich jetzt? Äh, fast 50% nicht ganz, hä? Wo ist jetzt? Das Mainline, das ich gezeichnet hatte, ist nicht mehr hier, hä? So. 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 Sie sparen noch nicht, ich höre nichts, dass sie sparen. Jetzt höre ichs. Jetzt muss ich aufpassen. Oh-oh! 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 Ah, schon wieder fertig. Wieder auf den Spano-Forten. Ah, ein bisschen Granate ist sicher nicht schlecht. Gut, das heisst nur MP5. Aber die sterben sowieso nicht. So, so lieb. Nur wegen einen ist schon ein bisschen dumm. Oh nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, das war dumm, ja. Ja, nur das gibt's. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag.